Mein Name ist Thomas Schmid, bin 63 Jahre alt, amtierender Deutscher Meister in der Fendinge-Klasse. Dieses Jahr segeln wir die Deutsche Meisterschaft hier anlässlich der Travemünder-Woche. Mein Bootsname ist Back to the Roots. Ausgangspunkt dieses Namens ist, dass ich mal für ein paar Jahre aufgehört habe mit dem Fimmsegeln und festgestellt habe, dass mir was fehlt und bin zu den alten Intubenden zurückgekommen und daraufhin der Name Back to the Roots. Ich segle seit 41 Jahren diese Bootsklasse. Ich war 1988 bei den Olympischen Spielen, bin im selben Jahr Weltmeister geworden, bin dieses Jahr bei der Grand Grand Master World Serie Helsinki Zweiter geworden. Wir erwarten heute im zweiten Wettkampf eher weniger Wind, sechs bis zwölf Knoten Wind. Wetter ist traumhaft und bin guter Dinge. Ja. 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 Ja.